Liebe Studierende, ich begrüße Sie zum neunten Kapitel, Nachfrageseite, Episode 2. Ich starte wieder mit einem Eingangszitat. Ich biete Ihnen in dieser Lerneinheit Lösungsansätze, weitere Ideen, mit denen wir uns dem nachhaltigen oder verträglichen Reisen nähern können. Als Ergänzung zu Episode 1, wo wir uns Studien angeschaut haben, Bevölkerungsrepräsentativ, wie Nachfrager über nachhaltiges Reisen denken. Die Lernziele hier, Sie kennen das Prinzip zum klimafreundlichen Handeln bzw. Reisen. Sie können erklären, was CO2-Kompensation ist und wie es funktioniert. Und Sie kennen zwei renommierte Anbieter für CO2-Kompensation im deutschen Markt. Und Sie können Möglichkeiten benennen, eine Urlaubsreise punktuell und in ihrer Gesamtheit nachhaltiger zu gestalten. Wir fangen also an mit einer kurzen Einführung Strategien zum verträglichen klimafreundlichen Reisen. Kompensation von CO2 als Lösungsansatz. Wir stellen Ihnen zwei Kompensationsanbieter in Deutschland vor. Und am Ende gibt es einige Handlungsempfehlungen für die Reise bzw. Ihre Vorbereitung. Wie geht nun verträglich Reisen? Wir haben in der Vorbereitung für diese Vorlesung einfach versucht, im Internet Tipps zu finden. Und derzeit ist es Anfang des Jahres. Das ist die Hauptbuchungszeit der Deutschen. Bekanntermaßen wird in den Monaten, also direkt nach Weihnachten, Januar bis März eigentlich fast alles, was so an größeren Reisen des Jahres stattfindet, gebucht. Und Sie finden zurzeit überall bis hin zur Brigitte Tipps zum nachhaltigen Reisen. So reist du nachhaltiger, verträglich reisen. So geht sanfter Urlaub, Bio-Urlaub und so weiter. Das heißt, wir möchten an dieser Stelle einfach sagen, es gibt jede Menge Informationen im Internet. Da muss man gar nicht unbedingt die einschlägigen Anbieter kennen, die wir jetzt hier vorgestellt haben mit Tourism Watch oder Fair unterwegs, die natürlich sehr viel detailliertere Angebote, auch Informationsangebote haben. Im Moment gibt es wieder auf jeder Website, die Sie ergoogeln können, Informationen zum nachhaltigen Tourismus und die besten Tipps. Inwiefern Ihnen das hilfreich ist, müssen Sie natürlich selbst bewerten. Wir bieten an, diese Grundformel erfassen, vermeiden, reduzieren und kompensieren. Das heißt also zunächst, wir haben das hier jetzt mal für CO2 gemacht und das Klimathema, aber zunächst geht es darum, sich dessen bewusst zu werden, was ich eigentlich bewirke mit meiner Reise. Wenn man jetzt über CO2 spricht, also rein das Klimathema, sich mithilfe von CO2-Rechnern oder anhand von Informationsmaterial von Nichtregierungsorganisationen über die eigene Klimabilanz bewusst werden. Ich habe beispielsweise auch eine App vorgestellt, die CO2-Tracker genannt wird. Also solche Dinge gibt es bereits, man kann sie täglich füttern und man kann ein Gefühl dafür bekommen, wie zum Beispiel sein CO2-Verbrauch aussieht. Dann ist der zweite Punkt, wenn ich weiß, welchen Impact ich habe, welche Auswirkungen ich habe, dann geht es ums Vermeiden. Aktivitäten, die ein hohes Maß an Emissionen beispielsweise in unserem Beispiel hier jetzt haben, gänzlich vermeiden. Kurzstreckenflüge, Flüge innerhalb von Deutschland, wenn es möglich ist, was sicherlich in den meisten Fällen der Fall ist, innerhalb von Deutschland Inlandsflüge vermeiden. Wenn sich etwas nicht vermeiden lässt, kommen wir zum nächsten Punkt, reduzieren. Bei Aktivitäten, die sich nicht vermeiden lassen, zumindest die emittierte Menge an CO2 weitestgehend reduzieren. Also unvermeidliche CO2-Emissionen reduzieren. Da kann man sagen, also zum Beispiel ÖPNV anstatt Pkw oder Fahrgemeinschaften und so weiter, um möglichst sparsam in unserem Beispiel mit CO2-Emissionen umzugehen. Und der letzte Punkt wäre dann, wenn etwa CO2-Emissionen noch gesehen werden, noch da sind, dann natürlich bei unvermeidlichen Aktivitäten kompensieren, also ausgleichen. Dazu stellen wir gleich noch ein Konzept vor. Also was ist die CO2-Kompensation? Das ist sicherlich eine Wiederholung an dieser Stelle für Sie. Unvermeidbare Emissionen sollen zumindest ausgeglichen, das bedeutet neutralisiert werden. Verursacher von Emissionen gleichen diese durch die Finanzierung von Kompensationsprojekten, zum Beispiel in Entwicklungsländern, aus. Das ist der sogenannte Emissionshandel. Die gleiche Menge CO2, die zum Beispiel in Deutschland ausgestoßen wird, wird an anderer Stelle auf der Welt reduziert oder eingespart. Die Annahme ist dabei, es ist egal, ob die Treibhausgase zum Beispiel in Deutschland oder in Südafrika eingespart werden. In der EU ist dieser Ausgleich für einige Branchen verpflichtend, zum Beispiel bei Flugreisen, für den Endkunden aber freiwillig. Wie das funktioniert, also wir sehen hier, das ist ein Auszug von der Webseite von Atmosphere. Wir sehen hier auf der einen Seite in dem Graubereich, also dass jemand beispielsweise nach Nepal fliegt, dass er in einem Industrieland wohnt, wo die Fabriken auch CO2 emittieren, dass er einen Kurzstreckenflug hat. Es kommt also einiges zusammen und wir haben ja insgesamt eigentlich das 2-Grad-Ziel, das heißt die globale Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Und wenn wir das tun wollen, versuchen wir an anderen Stellen in der Welt beispielsweise Technologien, Standards zu schaffen, dass beispielsweise in einem Entwicklungsland nicht mit offenem Feuer gekocht wird, sondern zum Beispiel mit einem Solarkocher. Was kann finanziert werden? Also Kompensationsprojekte, ich habe gerade vom Solarkocher gesprochen, also Energieprojekte, Emissionsminderung durch Energieeffizienzmaßnahmen, Einsatz von erneuerbaren Energien oder emissionsärmeren Energiequellen. Man kann veränderte Produktions- oder Entsorgungsprozesse wie Vermeidung von klimaschädlichen Abgasen oder Nutzung von Ernterückständen in der Landwirtschaft finanzieren oder Senkenprojekte, die Kohlenstoffe in Biomasse wie Wäldern oder Mooren binden, zum Beispiel durch die Renaturierung und Neubepflanzung und damit Verhinderung von Abholzung oder Entwässerung. Die Grundsätze von CO2-Kompensation, also damit die Kompensation über den Emissionsminderungseffekt verfügt, nur dann kompensieren, wenn die eigenen Maßnahmen zur Minderung der Emissionsmenge ausgeschöpft sind. Also wenn ich beispielsweise auf Inlandsflüge schon verzichtet habe, immer Bahn fahre anstatt Pkw, dann als zusätzliche Maßnahme macht eine Kompensation Sinn. Dauerhafte und effektive Emissionseinsparungen durch das Projekt müssen gegeben sein. Problematisch ist das oder in der Diskussion bei Senkenprojekten wie einem Wald, da dieser abbrennen kann und dann das gesamte CO2 entweichen würde. Kompensationsprojekt darf ohne die Ausgleichszahlung nicht zustande kommen. Also es muss immer dieses Prinzip der Zusätzlichkeit geben aufgrund von finanzieller oder technischer Barrieren und es muss eine realistische Berechnungsgrundlage für die Kompensation geben. Was haben wir in Deutschland zum Stand der CO2-Kompensation? Rund zwei Dutzend Kompensationsanbieter gibt es. Laut einer Studie des Verbraucherzentralen Bundesverbandes von 2010 gibt es jedoch kaum schwarze Schafe. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, es gibt unterschiedliche Projekte. Die Emissionskompensation ist unterschiedlich teuer und da sollte man eben darauf achten, dass die Projekte der Kompensationsanbieter auf den sogenannten Gold-Standard aufbauen. Das ist ein vereinbarter Standard. Ich empfehle Ihnen das nachzulesen, beispielsweise bei Atmosphere. Atmosphere, das ist hier eine Agentur, die wir empfehlen, Atmosphere, MyClimate oder ClimatePartner. Wir haben später im Interview den Gründer und Geschäftsführer in Episode 3, Dr. Dietrich Brockhagen von Atmosphere und ich empfehle Ihnen, dieses Interview auch zu schauen und sich mal auf der Website von Atmosphere ein bisschen beispielsweise mit dem Gold-Standard zu beschäftigen. Kompensationsangebote werden derzeit von unter 5 Prozent der Reisenden in Anspruch genommen. Da aufgrund der Komplexität noch großes Misstrauen herrscht, sagt hier der Kollege Stastas, meine Meinung an dieser Stelle ist, da es noch nicht wirklich kundengerecht aufbereitet ist. Würde man beispielsweise in die Buchungsstrecke einer Reise auf einem Reiseportal, das gab es auch schon, die Kompensation direkt zum Anklicken mit einbinden, also wirklich Usability bieten, in diesen Fällen ist die Kompensation, die Annahme der Kompensationsangebote auch wesentlich höher, als wenn ich beispielsweise meine Reise aussuche, meine Reise buche, vielleicht bei drei verschiedenen Anbietern und am Ende noch daran denken muss, auch auf die Atmosphere-Seite zu gehen und dort vielleicht noch mal etwas auszusuchen, zu buchen, zu bezahlen etc. Die Prozesse sind noch zu komplex. Auch in diesem Bereich der Nachhaltigkeit beim Reisen ist also noch Aufklärungsarbeit und vielleicht auch von Seiten der Anbieter doch noch etwas mehr Usability nötig. Wir stellen Ihnen jetzt die beiden Anbieter MyClimate und Atmosphere etwas genauer vor. MyClimate ist eine internationale Initiative mit Ursprung in der Schweiz, die Partnerorganisationen in neun Ländern hat. Es gibt mehr als 70 Klimaschutzprojekte in über 30 Ländern. Die Projekte erfüllen den CDM-Standard, also Clean Development Mechanism und Gold- und PlanVivo-Standard. Transparente Berechnungsgrundlage ist vorhanden und sie kompensieren nicht nur Flüge, sondern auch Pkw-Fahrten, Kreuzfahrten, Events, ganze Haushalte, Firmen. Und es gibt auch die Möglichkeit, einzeln zu spenden. So sieht die Website aus von MyClimate. Also man kann sich zunächst mal auf der linken Seite sehen Sie das aussuchen, was möchte ich hier gerne machen. Hier ist jetzt Flugreise ausgewählt in pink und dann kann man direkt schauen, okay, wo geht es hin und was möchte ich tun. Interessant finde ich auch, kompensieren Sie Ihre Haushaltsemissionen. Also da mal einzusteigen und sich zu überlegen, was sind eigentlich meine Emissionen, die ich über meinen Haushalt produziere. Ist sicherlich auch interessant für das Thema Erkennen meines eigenen Impacts. Projektbeispiele im Bereich Abfallmanagement, effiziente Kocher, Energieeffizienz, Wald, Wind, Biogas, Biomasse, Solar, Wasser, Wasserkraft. Ein Projektbeispiel ist hier ein Solarkraftwerk statt fossiler Energien in der Dominikanischen Republik und reduziert jährlich 65.000 Tonnen CO2. Die nächste Initiative bzw. gemeinnützige GmbH ist Atmosphäre. Sehr früh, 2005 gegründet, meines Wissens war es auch die erste Kompensationsfirma, die es im deutschen Markt gab. Es ist eine Gemeinschaftsinitiative des Forum Anders Reisens, also des Zusammenschlusses der 130 circa Veranstalter, die wir bereits an anderer Stelle vorgestellt haben, und der Umwelt- und Entwicklungsorganisation German Watch. Die Projekte erfüllen alle, CDM und Gold Standard. Es gibt eine transparente Berechnungsgrundlage. Kompensiert werden Flüge, Kreuzfahrten und Veranstaltungen. Und es gibt außerdem die Möglichkeit, eine Wunschmenge auszuwählen oder zu spenden. Pkw und Strom werden bewusst von Seiten von Atmosphäre nicht angeboten, da aus Sicht von Atmosphäre CO2 hier anderweitig vermieden bzw. reduziert werden kann. Dr. Dietrich Brockhagen sagt das später im Interview auch nochmal sehr dezidiert, wie die Haltung von Atmosphäre hier zu Pkw und Strom zum Beispiel ist. So sieht die Website aus. Man bekommt, wenn man den CO2-Fußabdruck sieht auf der rechten Seite, eben auch nochmal Informationen CO2 im Vergleich. Also was bin ich jetzt im Moment dabei, vielleicht durch einen Flug oder durch eine Kreuzfahrt verbrauchen zu wollen. Wie sieht ein jährlicher Verbrauch aus bzw. was verbraucht ein Mensch beispielsweise in Indien. Es gibt Atmosphäre-Projekte wie im Bereich Energieeffizienz, Windkraft, Wasserkraft, Biogas, Biomasse, Solarenergie und Atmosphäre tut auch einiges im Bereich von Umweltbildung. Hier ist ein Beispiel von einer kleinen Biogasanlage. Wir sehen hier das Foto in Nepal, die jährlich 60.000 Tonnen CO2 reduziert, gemittelt über zehn Jahre berechnet. Soviel zum Thema CO2-Kompensation und zwei Anbietern. Wir möchten jetzt abschließend noch einige Tipps oder Handlungsempfehlungen geben für nachhaltigeres Reisen. Ganz klar ist eine Sache, die wir bereits beim Forum Anders Reisen vorgestellt hatten, die in den Kriterien dieser Veranstalter vorkommen, dass man bei der Auswahl der Destination immer die Aufenthaltsdauer berücksichtigen sollte. Wenn Sie also jetzt eine Fernreise machen, dann sollten Sie natürlich auch darauf achten, dass Sie nicht nur fünf Tage vor Ort bleiben, sondern bei einem Langstreckenflug sollte die Mindestaufenthaltsdauer eben entsprechend lange sein. Bei kurzer Aufenthaltsdauer, welche reizvollen Destinationen befinden sich direkt in meiner Nähe zum Wohnort? Wo war ich vielleicht noch nicht? Die meisten Leute kennen Deutschland wesentlich weniger als Europa- oder Fernreiseziele. Es lohnt sich manchmal auch, Deutschland kennenzulernen oder um die Ecke liegende Destinationen. Trotzdem Destinationen wie zum Beispiel Entwicklungsländer nicht kategorisch ausschließen und diesen somit eine wichtige Einnahmequelle verwehren. Wir verweisen hier bei den Handlungsempfehlungen, die wir jetzt noch anbieten, auf Fair Unterwegs. Zu Unterkunft und Mobilität ist zu sagen, also bei der Auswahl des Veranstalters bzw. bei der Unterkunft bieten wir Ihnen nochmal an, schauen Sie in Episode 7 am Markt existieren bereits eine Vielzahl von Veranstaltern und anderen Dienstleistungen, Dienstleistern, die verträglicheres bzw. nachhaltigeres Reisen direkt anbieten oder erleichtern. Schauen Sie nach Zertifizierungen und Labels, versuchen Sie herauszufinden, was genau zertifiziert wird und ziehen Sie lokale Anbieter vor. Wir hatten das im Interview auch, dass zum Beispiel die Digitalisierung auch oft ermöglicht, dass Sie direkt mit Anbietern vor Ort Kontakt aufnehmen und dadurch den Mittelmann, also den Intermediär ausschalten können und dadurch natürlich, wenn Sie jetzt einen Tourguide buchen, mehr Einkommen in eine Region bringen, wie wenn Sie das sozusagen nur bei einem Anbieter in Deutschland lassen. Suchen Sie nach solchen Möglichkeiten. Drittens Anreise und Mobilität vor Ort, also Flüge, wenn möglich, vermeiden. Vergleiche auch nochmal erkennen, vermeiden, reduzieren, kompensieren, Bahn oder Bus bevorzugen, wenn die Anreise mit dem Pkw unvermeidlich ist oder vor Ort dann auf ÖPNV bzw. Fahrrad, Leihfahrrad umsteigen. Aktivitäten vor Ort, also ist ja klar, nicht Golf in der Wüste spielen oder im Frühjahr und Sommer Skifahren. Einbinden der lokalen Bevölkerung, lokales Essen anstatt importiertes Essen von zu Hause bzw. Nachfragen nach dem, was man von zu Hause kennt, um damit eine Nachfrage zu schaffen, ist auch nicht besonders hilfreich. Eine gute Orientierung bieten eben immer auch die Einheimischen selbst. Gehen Sie offen auf die Bevölkerung zu und schauen Sie, was machen die, was tun die, welche Aktivitäten unternehmen die, was essen die, was trinken die, wie verhalten die sich. Und so kann man eigentlich sehr viel erfahren, sehr viel kennenlernen und ist gleichzeitig sozialverträglich unterwegs. Ich schließe an dieser Stelle wie immer mit den Aufgaben für das Selbststudium. Erläutern Sie, was CO2-Kompensation ist. Dieses Kapitel war ja sehr stark auf die CO2-Kompensation ausgerichtet. Ausgerichtet gehen Sie mal auf die Website der genannten Anbieter, prüfen Sie, welchen Kompensationsbeitrag Sie für Ihre nächste Reise bezahlen sollten und überlegen Sie, inwieweit Sie diesen Beitrag bezahlen würden bzw. diskutieren Sie, ob es gerechtfertigt ist, den Beitrag zu bezahlen oder nicht. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den Aufgaben und wir sehen uns in Episode 3.